Hey, habt ihr mal Bock, eine Nacht wie so ein Burgfräulein oder wie ein Burgherr zu verbringen? Kommt mal mit, ich zeig euch mal was! Das hier, das ist die Wasserburg in Egeln und hier gibt es eine Burgherberge, die Zimmer der Burgherberge. Die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war ein kurzer Einblick in die Burgherberge der Wasserburg Egeln. Wer Lust hat, hier mal nachts zu schlafen und vielleicht auch mehrere Tage zu verbringen, ich tue wieder alle Links unter das Video. Dort werdet ihr dann die Anfahrt finden, die Internetadresse und so weiter. Ich hoffe, das war interessant für euch und hat euch ein bisschen Lust auf die Wasserburg Egeln gemacht. Bis demnächst, ciao!